Granaten. Uh, hier kann man C4 aufheben. Achso, ne, brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja... Ah gut, vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Ich habe ja die nette Panzerfaust genommen. Haben wir hier nicht noch irgendwo Munition für Panzerfaust? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Äh, hier wurde mir noch mehr Munition angezeigt, wie nur noch ein bisschen da. Achso, ne, da sind ja nur die Waffen von denen. Da hinten gibt es noch Munition, dann rennen wir da mal hin. Sonst ist hier... Schluss mit lustig. Da ist auch noch Munition. Hier irgendwo, hier drinnen... Da! Da ist eine Munition. Munition voll, was du laberst. Ja, ich habe doch... Naja. Kann nicht nachladen. Ansonsten, na okay, dann brauchen wir keine Munition mehr. Ich wollte noch den Raketenwerfer nachladen, aber das geht nicht. Der ist angeblich voll. Ist er zwar nicht, aber egal. So. Da hinten, da müssen wir scheinbar durch dieses Haus hier, um da hinzukommen. Hier hoch. Jetzt ist er auf einmal weiter weg wie vorher. Unser... Oh, Erdbeben. Und zack. So. Und jetzt da hinten hin. Wir sind gar keine Gegner. Das ist mal toll. Alles anders. Überall Cell-Uniformen. Da ist so eine Art Generalabriegelung im Gang. Ich werde etwas Hilfe brauchen, um an den Sicherheitskräften vorbeizukommen. Sie müssen bei der Kirche für Abwängung sorgen und die Soldaten von der Wall Street weglocken. Und dann... Ähm... Nehmen Sie den Zugangstunnel für Notfälle. Und wir treffen uns auf der anderen Seite. Okay. Da war noch einer. War es der Einzige, der hier war? An Gegnern. Glaube ich doch nicht. Doch. Hier ist sonst kein Schwein mehr. Ah. Hier ist Smarag 3. Wie markiere ich die nochmal? Ah, mit F. Zack. Zack. Wo sind noch Gegner? Da ist noch einer. Hier unten kommt einer gefahren. Ah ne, der sprintet einfach nur. Da hinten ist auch noch einer. Den kann ich aber nicht markieren. Den sehe ich nicht. Ne, da ist doch noch einer. Markier den mal. Zack. Achso, die werden mit der Zeit... Sind nicht mehr markiert, oder was? Okay, dann gehen wir mal los. Gut, eigentlich hat das jetzt auch gar nicht so viel gebracht, dass wir die Markiert haben. Na egal. Was macht er da los? Hat der so eine Richtrakete? Der wird jetzt schon Verstärkung. Ich will noch alles kommen. Oh, der da auch. Was wollen die alle Verstärkung? Ich bin doch nur einer. Ihr seid viele. Naja, der hat man wieder überlebt. Nach einem Schuss. So. So. Gibt's ja nicht. Wo seid ihr denn? Jetzt finde ich wieder kein Schwein. Dann gehen wir mal hier runter, dann sehen wir bestimmt besser. So. Wo seid ihr denn? Da unten müssen... Uff, da hinten stehen sie. Da hab ich sogar noch markiert, den Kollegen. Und da oben rennt noch einer rum. Und den haben wir jetzt auch. Und so langsam geht unsere Munition zur Neige. Aber das macht nix. Oh, oh sorry. Der war schon tot. Ähm, dann jumpen wir mal hier rüber. Gut, das hat nicht geklappt. Ja, hier ist doch noch irgendein Gegner, oder? Da kann ich nicht durchschießen. Shit. Ist er jetzt auch tot, der Kerl. Eigentlich wollte ich nämlich direkt hier drauf. Deswegen war ich so verwirrt auf einmal. So. Hier kann man wieder Munitionsnachschub besorgen. Das brauchen wir auch. Die Waffe war nämlich fast leer. So. Und da hinten ist der letzte... Oh, da war gar keiner. Da war so ein Fass. Na, egal. Ähm. Aber hier ist noch irgendwo einer. Ich sehe ihn und jetzt sehe ich ihn. Aus irgendeinem Grund hat er mich auch gesehen. Obwohl ich Tarnfeld aktiviert hatte. Egal. Wir haben ihn ja getötet. So, und jetzt... Ach, da hinten ist noch einer. Sagt er doch. Der sagt natürlich nichts. Aber jetzt ist er sowieso tot. Jetzt kann er nichts mehr sagen. Ähm. Da ist noch irgendwo einer. Da hat da jetzt noch einer was geschrien. Ja, da. Das ist Prophet, ey. Die haben alle keine Ahnung. Ich bin Alcatraz, nicht Prophet. Wie viele sind da noch? Sack. Ey, das gibt's ja nicht. Jetzt... Hab ich alles verschossen und nicht einmal getroffen. Ja, ja. So. So, dann warte ich jetzt aber mit denen. Endlich. Gut, dass hier hinten noch Munition gibt. Jetzt hab ich fast wieder keine Munition. Oh, was haben wir denn hier? Aber die bringt mir nix, weil ich ja schon eine hab. Aber kann ich hier jetzt nicht... Ah, doch. Ah, okay. Man kann nur, wenn man auch einen Raketenwerfer findet, Munition dafür aufnehmen. Ist auch logisch, sonst wär's ein bisschen blöd. Und das hier müssen wir kaputt machen, oder wie war das jetzt? Ich glaub, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich geh mal hier hoch. Gut, da kommen wir nicht rein. Dann machen wir das Ganze mal irgendwie kaputt. Die Frage ist jetzt nur, wie. Ähm... Am besten geht das doch bestimmt mit... Ach so. Ne, wir kommen hier doch rein. Ach so. Wir können das einfach so machen. Und jetzt gehen wir am besten weg. Und zack. Ah, ich hätt das jetzt mit, mit, äh... Wie heißt? Ich hätt das jetzt mit C4 so stört. Da sind welche. Da sind welche. Oh. Tatsächlich. Und den machen... Spielen wir jetzt mal einen Streich. Mit C4. Und einen tollen Streich. Zack. Hä? Dann sprengt das Ding doch. Ach so. Mit rechts sprengt man das. Sagen wir das doch. Ja, ja. Ist schon gut. So. So. Der hier hat noch gar nichts mitgekriegt. Und jetzt ist er tot. Scheiße, Mann am Boden. Scheiße, Mann am Boden. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Also doch. Ich müsste nachladen. Mach ich jetzt aber nicht. Kein Plan, warum. Oh, da hinten ist einer. Dann lade ich doch nach. Wo ist er denn hin? Hier sind noch welche. Komm, den nehmen wir mal mit der Shotgun. Und BAM. Der andere ist zu weit weg. Schade. Und das war's mit dem. Ist noch irgendwo einer. Sieht nicht danach aus. Das ist doch mal wieder eine gute Sache. Endlich mal kein Schwein mehr da. Dann haben wir hier noch für einen Koffer. Oh, das ist kein Koffer. Das ist ein MG. Gut. Dann.